Wenn es um Massentierhaltung geht, dann streiten sich Tierschützer und Landwirte ja immer heftig um die Frage, ob die Tiere unter diesen üblichen Haltungsbedingungen leiden oder nicht. Und deshalb haben Forscher versucht, objektive Kriterien dafür zu finden. Die konnten zum Beispiel vor einiger Zeit beweisen, dass Ferkel beim Kastrieren tatsächlich Schmerzen empfinden. Diese Vorstellung gilt ja nach wie vor in der Massentierhaltung als sentimentaler Unsinn. Wenigstens Biobetriebe stellen ab nächstem Jahr auf Betäubung um. Und jetzt gehen die Forscher vom Leibniz-Institut für Nutztierforschung noch einen Schritt weiter. Die wollen rausfinden, ob Schweine Emotionen haben, die mit denen von uns Menschen vergleichbar sind. Die schwarzen Kornwollschweine von Landwirt Johannes Buchner aus dem Steigerwald leben das ganze Jahr über draußen. Hier können sie tun und lassen, was sie wollen. Ich sehe, dass sie glücklich sind. Also ich merke das richtig, dass die froh sind, die kommen runtergestürmt und fühlen sich sowohl. Die kommen einfach her, ohne dass sie Angst haben und sind neugierig. Die Neugierde ist, denke ich, auch ein Zeichen von glücklich sein. Und er meint auch zu erkennen, wenn sie traurig sind. Das Erste, was ich sehe, wenn sie nicht glücklich sind, dann lassen sie die Ohren hängen, sind total schlapp und bewegen sich auch nicht viel, sind nicht mehr neugierig. Der Bauer sieht seinen Tieren sozusagen an der Nasenspitze an, wie sie sich fühlen. Aber stimmt das wirklich? Haben Schweine Gefühle wie Menschen? Die Verhaltensforscherin Sandra Dübjan will genau das herausfinden. Wie geht es den Schweinen wirklich? Sind sie in ihrem Stall zufrieden oder frustriert und leiden? Vom Menschen weiß man aus vielen psychologischen Experimenten, dass sie eher pessimistisch, ja depressiv, auf Stress reagieren. Glückliche Menschen dagegen denken und entscheiden optimistisch. So einen Psychotest probiert Sandra Dübjan jetzt erstmals an Schweinen aus. Wir gehen halt davon aus, dass verschiedene Haltungsumwelten sich unterschiedlich auswirken auf die Stimmung. Schlechte Haltungsumwelten führen zu einer negativen Stimmung und da würden sich die Tiere eher pessimistisch verhalten, weil sie gar nicht erst erwarten, dass es was Gutes gibt hier. Und gute Haltungsumwelt sollte zu positiven Stimmungen führen, die sich darin äußern, dass die Tiere eben optimistisch sind. Für den Test werden die Tiere zunächst eine Woche lang trainiert. Sie lernen, immer wenn die Futterbox links steht, kommen sie nicht an das Futter heran. So wie jetzt. Das Schwein weiß das und geht erst nach langem Zögern sicherheitshalber doch mal hin. Aber es war ja klar, zu. Nun die zweite Variante. Die Futterbox steht rechts und ist offen. Ohne langes Zögern geht das Schwein zur rechten Futterbox und frisst. Jetzt zum eigentlichen Versuch. Ein Jungschwein wird ein paar Stunden isoliert. Für die sozialen Tiere bedeutet das Angst und Stress. Um zu testen, wie sich dieser Stress auf das Verhalten auswirkt, stellen die Forscher die Futterbox jetzt auf eine uneindeutige Position, nämlich in die Mitte. Wie wird das Schwein reagieren? Geht es nicht direkt zum Futtertrog, schließen die Forscher daraus, dass es erwartet, der Futterkasten sei zu. Der Stress ließe das Schwein pessimistisch reagieren. Und tatsächlich. Das gestresste Schwein schaut nicht nach. Ein Pessimist. Zum Vergleich rechts, ein nicht gestresstes Schwein. Neugierig schaut es sofort nach, verhält sich der These nach allzu optimistisch. Erst viel später geht auch das vorher gestresste Schwein zum Kasten und sieht mal nach. Der Versuch ist der erste seiner Art und damit wissenschaftlich gesehen noch kein echter Beweis. Eins aber ist jetzt schon klar. Schweine verhalten sich unter Stress anders. Sie reagieren genauso auf ihre Umwelt wie wir. Und damit auch auf die Haltungsbedingungen. Diese These wird auch von anderen Wissenschaftlern gestützt. Professor Jack Panksepp aus den USA ist einer der renommiertesten Emotions- und Gehirnforscher der Welt. Er hat von dem Versuch aus Rostock bereits gehört. Wir können daraus lernen, dass das Schwein höhere Emotionen hat. Und zwar, indem man dem Schwein kognitive Aufgaben stellt. Man kann zeigen, dass ein glückliches Schwein flexiblere und schnellere Entscheidungen trifft, während ein pessimistisches Schwein langsamer und negativer entscheidet. Und das zeigt einen höheren Grad emotionaler Verarbeitung. Emotionen finden in den tiefliegenden Hirnregionen statt. Diese sind bei allen Säugetieren gleich aufgebaut. Wir haben Schaltkreise, tief in unserem Hirn, die mindestens sieben grundlegende emotionale Verhaltensmuster erzeugen. Neugier und Freude etwa. Das interessanteste emotionale Verhalten bei Schweinen ist das spielerische. Schweine haben alle Basis-Emotionen, genauso wie wir. Wir wissen, wo diese Prozesse im Hirn stattfinden. Wir wissen schon recht viel über die Chemie, die dabei abläuft. Und wir wissen eben auch, wie sich das Tier dabei fühlt. Für Bauer Johannes Buchner eine Bestätigung. Er weiß, dass sich gute Stimmung in der Rotte auszahlt. Glückliche Schweine haben auch ein robusteres Immunsystem und brauchen daher keine Medikamente. Bei meinen Schweinen, die ich jetzt hier draußen habe, habe ich bisher keine Impfungen gebraucht. Und auch keine antibiotischen Vorsichtsmaßnahmen. Und ich merke auch, dass sie sehr gesund sind. Es ist eine Sache, wo ich selber auch merke, das macht mir Spaß und es tut den Schweinen auch gut. Man kann sich gut vorstellen, wie diese Glücksschweine im Psychotest abschneiden würden. Vermutlich als zufriedene Optimisten. Schweine können zwar ihr Erleben nicht bewusst reflektieren. Denn der Teil im Gehirn, der Bewusstseinsvorgänge steuert, ist bei ihnen nicht so weit entwickelt wie bei uns. Aber in Sachen Gefühle gibt es mehr Ähnlichkeiten zwischen Mensch und Schwein, als wir wahrhaben wollen.